Wir machen jetzt Schleife, Welle und Drehung und die Arme dazu, okay? So, rechts, links, rechts und links und bleib. Eins, zwei, drei und vier und drehen wir. Und rechts, links, rechts, links. So, jetzt links. Eins, zwei, drei und vier und eins, zwei, drei und vier. Drehen, eins, zwei, drei und vier. Und nochmal. Eins, zwei, drei und vier und rechts. Und links und links und links. Eins, zwei, drei, vier und eins, zwei, drei und vier. Drehen und eins, zwei, drei und vier. Okay?